Musik 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 Einen wundervollen und unvergesslichen Urlaub an einem der schönsten Strände Europas kann man im Aldiana Andalusien erleben. Auf der 80.000 Quadratmeter großen Gesamtfläche wird euch neben einem sehr familienfreundlichen Aktivurlaub auch ein einmaliges Entspannungs- und Unterhaltungsprogramm geboten, das keine Wünsche offen lässt. Begleitet mich auf meinem Rundgang, ich zeige euch die schönsten und eindrucksvollsten Plätze hier. Der Aldiana Andalusien liegt direkt an der Costa de la Luz, der Küste des Lichts. Die herrliche Sonne Spaniens könnt ihr nicht nur am Playa La Barossa, sondern auch hier in den Dünen genießen. Die Region hier ist touristisch komplett erschlossen, jedoch nur wenige Autominuten vom unberührten Andalusien entfernt. Das deutschsprachige Personal der Rezeption ist 24 Stunden für euch da und steht euch mit Rat und Tat zur Seite. Hier erhaltet ihr auch eure persönliche Aldiana Karte, mit der ihr innerhalb der gesamten Anlage bequem bezahlen könnt. Für alle, die sich auch mal die schöne Umgebung anschauen möchten, bietet der Aldiana Andalusien auch tolle Städte- und Landschaftstouren an. Birgit, welche Ausflüge kann ich denn hier machen? Andalusien begeistert einfach. Eine Fahrt in die andalusische Metropole Sevilla ist ein Moos, eine Städtetour nach Jerez de la Frontera, die Stadt der Pferde und des Cherries, Gibraltar, ein kleines Stück England am Rande Spaniens, die berühmte Mesquita in Córdoba oder eine Fahrt entlang unserer traumhaften Atlantikküste zu den weißen Dörfern Andalusiens. Unsere Partner bieten Bus- und Städtetouren als Ganz- und Halbtagesausflüge, im Bus als Exklusivtouren, als Bike- oder Quad-Touren und wir haben auch Rundflüge im Gyrocopter. Da ist für jeden etwas dabei und auch leidenschaftliche Sportler kommen im Aldiana Andalusien voll auf ihre Kosten. Gegenüber der Rezeption stehen allen Golf-Interessierten zwei Golf-Info-Tische zur Verfügung. Hier kann man zum einen Greenfield-Reservierungen machen, sowie Ausflüge und Turniere buchen und sich für die Golfschule eintragen. Um an eurem Handicap zu arbeiten, könnt ihr die kostenlosen, klubinternen Transfers zu diversen Golfplätzen nutzen. Der Aldiana Andalusien wurde übrigens vom Golfjournal zum beliebtesten Golf-Ressort weltweit gewählt. Im Aldiana Andalusien stehen euch elf Tennisplätze, vier davon mit Flutlicht zur Verfügung. Hier könnt ihr entweder frei drauf losspielen oder an Spezial-Tennis-Events mit echten Profis teilnehmen. Die Strandbar hat von Mai bis Oktober geöffnet. Hier könnt ihr den kleinen Hunger zwischendurch mit leckeren Brötchen oder frischem Obst stillen. Und jetzt könnte ich ein bisschen Wellness gebrauchen, aber vorher ziehe ich mich um. Im Wellness-Center des Aldiana Andalusien kann man nach allen Regeln der Kunst entspannen und sich bei dem breiten Spa- und Wellness-Angebot ganz in Ruhe zurücklehnen. Auf was ihr euch hier freuen könnt, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Mia, welche Wellness-Behandlungen bietet ihr an? Ja, neben unseren tollen Fitness-Angeboten und unserer wunderschönen Saunalandschaft bieten wir ein relativ großes Spektrum an Behandlungsprodukten und Möglichkeiten. Das heißt für Entspannung, für Gesundheit und für die Schönheit natürlich. Das heißt, unser Angebot reicht von medizinischen Massagen, Physiotherapie, sportspezifischen Massagen und natürlich kosmetischen Anwendungen für Hände, Füße und Gesicht. Unsere entsprechenden Highlights sind zum einen die ayurvedischen Massagen, die hawaiianische Ganzkörpermassage Lomi Lomi Nui und unsere asiatischen Rituale mit rein natürlichen Produkten aus Malaysia. Hierbei wird die Haut zum einen mit einem Wohlentun und entspannendem Blütenfußbad begonnen, des Weiteren natürlich auch mit einer Massage mit wunderbaren Ölen wie zum Beispiel Kokos oder Green Coffee. Und es kommt natürlich auch noch zu einem Peeling, wobei die Haut geglättet wird und im Abschluss eine Packung oder eine Bodylotion zum absoluten Verwöhnprogramm. Boah, das klingt wirklich nach purer Entspannung für Körper und Seele. Das könnte ich jetzt echt gebrauchen nach meinem Sportprogramm. Langeweile kommt hier garantiert nicht auf. Vicky, auf was können sich die Kinder und Jugendlichen hier im Flipper Club freuen? Ja, wir haben hier die ganz Kleinen, die 2- bis 3-Jährigen, die Delphinis, dann die 4- bis 6-Jährigen, da spielt sich viel hier unten ab, sind viel im Pool, unten am Strand oder heute zum Beispiel machen sie ihren Bobbycar-Führerschein. Da wird ein kleiner Parcours aufgebaut, fahren da durch und kriegen dann von uns den Bobbycar-Führerschein verliehen. Dann haben wir die etwas Älteren, die 7- bis 10-Jährigen, das sind die Dolphins, machen zum Beispiel Ausflüge auf eine Eselfarm, sind auch ganz viel draußen am Strand auf dem Multifunktionsplatz. Dann haben wir unsere Youngsters, die 11- bis 13-Jährigen, sind im Aquafunpark, haben ihre eigene Show. Dann haben wir noch die ganz Großen, das sind die Teenies, haben Ausflüge, wie zum Beispiel auf eine Kartbahn mit ihrem Teenie-Betreuer. Und während die Kinder sich im Flipper Club austoben, können die Erwachsenen es sich mit einem Drink an der Poolbar gemütlich machen. Dankeschön! In der Poolbar Atlantico mit Blick zum Strand warten erfrischende Drinks auf euch. In der Poollandschaft direkt daneben könnt ihr eure Bahnen ziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Aldiana Andalusien ist bekannt für das hervorragende kulinarische Angebot. Daniel, was macht die spanische Küche besonders aus? Die spanische Küche legt besonderen Wert auf mediterrane Zubereitung, Vielfalt und Authentizität der lokalen und regionalen Speisen. Täglich wechselnde Motto-Buffets im 14-Tage-Rhythmus werden die die Tage hier bei uns im Aldiana Andalusien kulinarisch versüßen. Angefangen mit dem spanischen Abend über den asiatischen bis hin zum Aldiana Gäste Wunsch-Buffet bietet das Buffet oder das Restaurant hier alles, was das kulinarische Herz begehrt. Alle, die sich gerne mal zurückziehen möchten, sind im Spezialitäten-Restaurant Bodega La Tasca bestens aufgehoben und können hier gegen einen kleinen Aufpreis wechselnde Menüs und spanische Weine genießen. Nach dem Abendessen muss im Aldiana Andalusien noch niemand ins Bett. Die erstklassigen Abendshows runden jeden gelungenen Tag ab. Mit Comedy, Musik und Tanz wird jeder Tag im Club zu einem echten Erlebnis. Hier im Blue Dolphin können alle Nachtschwärme noch bis in die Morgenstunden feiern und tanzen und genau das werde ich jetzt tun. Euch wünsche ich einen unvergesslichen Urlaub und einen tollen Aufenthalt im Aldiana Andalusien. Musik 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 Aldiana